Ich hab Fisk gekillt, Leute. Wer kommt da gerade eigentlich in Fahrschule? Das ist mein Kaffee. Danke. Alter. Wie das? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Warum ist Dalu eigentlich schon auf 608? Weil ich in der ersten Runde richtig Action gemacht habe. Und Go ist tot. Hinter dir, Kundra. Warum bin ich tot? Nils hat mich runtergeschubst. Oh mein Gott. Nephi wollte mich abschießen. Nephi war das, ey. Ich hab Angst vor dem Fass, das da liegt. Go lass dir das nicht gefallen, ey. Der meint dich. Da wurde einer runtergeschubst. Ja, Gorod, mich aus dem Lift geschubst. Ne, ne, ne. Ja, da. Ne, ne, ne. Potza hast du einen eingekauft. Wollte grad sagen, der hat doch einen gekauft, oder? Der hat doch geschobbt, ne? Wer hat geschobbt? Das ist Baby toll hart runtergeknallt. Weiß ich nicht. Nein, Krabs, das ist ein Traitor. Wer hat einen Traitor? Wer hat einen Traitor? Oh, Tau, Tau, ist das ein Traitorraum? Tau, 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 yeah. Tau, Tau, yeah. Tau, Tau. Was? What the fuck, Alter? Hast du ihn? Ja, der fällt runter gerade. Ah, okay. Ja. Wow. Dann ist Kundran der andere. Tau, Tau ist auf jeden Fall einer. Was ist denn mit Bots da? Hä? Go, was soll das denn? Ich frag doch nur. Das ist ja wohl... Ist er noch erlaubt zu fragen, oder? Nein. Kundran verfolgt mich die ganze Zeit, Krabs. Ja, weil du's auch bist. Hey, warte mal, war's Tau, Tau? Tau, Tau ist es wirklich! Sag doch. Fuck. So, den hab ich auch noch. Den hol ich mir auch noch. Ey, Poster, du... Und jetzt coopere ich noch Krabs oder Nefi? Ja, komm! Gab's eigentlich vorher schon auf der Map einen Traitor Room? Ja. Ja. Echt? Echt? Nils, was war da? Wo war der denn? Ja, doch irgendwo... Im Haus. In dem Haus. Ah, okay. Bei mir war jetzt das, wo die Baustelle jetzt ist. Aber ich weiß nicht, ob die vorher schon war, oder ob die... Nee, man kann ja ruhig mal fragen, aber du bist so alt. Nee, nee, wenn die Baustelle... Die Baustelle ist ja ein Zeichen dafür, dass noch nicht fertig ist. No! Du Arsch, wer immer das war. Nefi war das. Nefi war das. Ich hab gar nichts gemacht. Nefi hat das gemacht. Ja, aber da ist aber nur ein Teleporter nach oben frei. Teleportiert. Teleportiert, ja. Gehänt hat mich ge... Ich bin Detective. Oh, da wird einer gekupert fest. Vorsicht. Mhm. Das ist abgeschlossen. Oh. Hallo. Hey, warte mal, ich bin alleine. Das ist ja schade. Ring, ring, ring. Banana phone. Ja, ich wollte die Sword-Off auch haben. Das kannst du knicken. Guck mal, was ich in der Hand habe. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ach, schade. Bring mal runter, Dalu. Ah, Mann. Gemin will hier gezielt laufen. Ey, Goro. Guck mal, wo die Tasse ist. Schnapp sie dir. Komm, schnapp sie dir. Fis, du bist zu langsam. Mach mal ein bisschen Tempo, Jafa leider. Tempo, Tempo. Tempo. Ich hol dich ein. Hab dich. Schubst Leute runter, wenn sie hochkommen. Schubst Kreis. Komm schon, der Traitor kann ja wohl nicht widerstehen, wenn er Nils sieht. Ey, ich war abgeschossen. Wer will mich da schubsen, Alter? Oh, der ist tot. Dalu, wen hast du da abgeschossen? Na? Kommt ne Leiche runter gesegelt. Er hat Goro gekillt. Dalu ist es halt. Goro hat sich nicht an die Regeln gehalten. Nee, Goro. Goro lebt noch, Goro lebt noch, Deadwinger. Ach so, okay, dann hat er sich an die Regeln gehalten. Mich eigentlich an die Regeln gehalten. Ich dachte so, was ist das denn für ein Move? Aber die Frage ist, wieso kam denn meine Leiche wieder ins Wasser gesprungen? Ich dachte so, du wurdest abgeschossen. Zwei Sekunden später, ich wurde abgeschossen. Kommt dran, ist es frei zum Abschluss, die technische Befehle. Hab ihn. Wo ist er, wo ist er? Gut gemacht. Wer war der zweite? Waren wir nur zwei Trader? Ja. Ich war ja auch nur ein Detektiv. Wieso warst du noch? Die Turtle kommt jetzt erstmal ins Wasser. Oh. Ach so. Ach so. Haben wir die noch gekupert? Nee, hab ich nicht mehr. Schade. Und ich hab versucht Nils zu boxen. Ja, hab ich gesehen. Nils-Mörder. Und dann dachte ich, ich hätte dir nen Scout Headshot gegeben. Verdammt. Und du rufst irgendwann, ich wurde abgeschossen. Ich hatte nur seine Leiche runterfallen sehen. Ja, aber dann wird der Deadwinger schon bei großen Höhen auch aktiviert. Nee, wieso? Ich hab dich in der Luft abgeschossen. Ach so, wieso hast du mich dann abgeschossen? Weil du Nils töten wolltest. Nee, das wollte ich ja nicht. Noch? Ich wollte mich von ihm töten lassen. Ich hab mich extra unter ihm gestellt sogar. Ja, und ich hab das verhindert. Weg da, weg da. Ja. Was? Oh, das ist ja auch gekommen. Was? Ah, ich hab Schaden bekommen hier von dem Scheiß. Alter, der Tisch brennt. Der Tisch brennt. Nicht der Tisch! Der? Der Tisch. Fisch der Weisen, Leute. Netter Seißl. Wie? Hat er knapp. Nee, Fiatz. Ich wollt grad Goro schubsen. Granz hat mich geschubst, oh mein Gott! Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Der war Kilometer weit weg, ey. Tauter, wer hat gleich... Tauter hinter... Ey. Wer hat Tauter daraus geschubst? Ich hab nicht... Er hatte das Glück, dass ich geschubst, man. Ach so. Ja gut, du bist doch eh Detective. Ich bin eh Detective. Wenn du wen schubst, ist mir doch egal. Ja, okay. Außer du schubst mich. Ich hab... Wenn du dich duckst, kannst du auch tauchen. Oh ja. Komm schon, wieso krieg ich die ganze Muni da nicht? Ich seh's denn. Cool ey, wir können tauchen Muni. Wer länger unten bleiben kann. Okay. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Geh. Geh. Ah. Da lief kein Bobby. Ah! Nils nicht! Oh! Wer ist da... Kundraa! Nils bleibt am längsten unten. Ist das denn die Wahrheit? Grants? Ja. Grants? Hast du ihn gerade umgebracht? Nein, ich bin hier. Ich bin bei Tautau. Nils und Dalu haben gewonnen. Tautau, Gott! Nein, genau. Du hast ihn gerade ge... Umgebracht. Ja, warte mal. Dein Craps und Tautau können sich... Ne, Grants ist ja auch noch da. Ne, Grants ist gerade runtergesprungen. Ja. Wenn ihr da unten noch lebt, dann ist er's nämlich. Hä? Tautau ist doch auch mit mir da. Er wollte mich grad gucken. Ja, weil... Der Inu kann eskalieren. Aber es sind doch nur... Es sind nur zwei Traitor. Ja. Okay, Tautau schießt auf mich. Ich bin hier mal ein bisschen... Hey, ich bin vergiftet. Ich hab übrigens ne Taube. Also nur so... Ja, herzlichen Glückwunsch... Hey, Craps ist es! Ich würde vergiftet. Nein. Du schießt doch auf mich, oder nicht? Nö. Wer hat dich vergiftet? Wer hat dich vergiftet? Wenn's nicht Craps war, muss es Craps gewesen sein. Nee. Kann ich ja noch. Von wo? HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ? Er erwischt! Wie lang war ich hier? Ich lass mich nicht impfen. Wie lang war ich hier? Vier Minuten oder so bestimmt. Da hat er den Kapuze immer. Ich brauch das ganze Heft. Kriegt der Craps erstmal ne dicke Info, um ihn zu sagen. Ja, ja, Craps auch von hinten. Aber wie kamt ihr denn darauf, dass ich das bin? Ich war einfach nur am Chillen. Du hast dir mal mit der Diegel abgeknüpft. Nein, ich glaub ich hatte nicht mal ne Diegel. Nils und Craps waren mit den Serbs beschäftigt unten im Pool. Oh Gott. Ich war gar nicht in nem Pool. Ne, Craps war da nicht. Weißt du sogar bei so nem Scheiß. Sogar bei so nem Scheiß. Ich war's Craps. Ich glaub Craps war's. Ja, ich glaub auch. Ich war's nicht. Am Ende war's Craps. Oder vielleicht Nephias. Aber das sieht aus, dass ich bei der Lord da durchhause kommen musste. Oh, Server down oder was? Ne. Nur bei dir. Schlampe. Schlampe. Tschüss, Craps. Wobei ich hab Leck. Ich hab auch Leck. Oh, Leck. Ja, auf einmal. Hallo, bist du noch da? Ich bin noch da. Hallo ist raus, Leute. Oh Gott. Craps ist es! Nein. Du hast grad auf mich geschossen voll. Oh Gott. Das war wegen dem Leck. Wegen dem Leck. Was hast du hier gemacht, Botztar? Ja, ich lege durch die Gegend, Goro. Ah, hier ist Goro. Oh Gott. Haben wir noch T und Gebäck? Ja. Oh, oh. Es geht wieder runter, Leute. Haltet durch. Du musst durchhalten. Oh, es war so verlockend. Ich Koopa Goro, Leute. Es läuft jetzt wieder besser. Es läuft jetzt wieder besser. Oh, zum Glück hast du die Beine gebrochen, ey. Gehst du wieder, Leute? Ja, geht wieder. Ja, Tautau hier. Ah, ich bin... Ist Tautau hier? Trotz der Lab noch. Grüßt euch. Goro. Ey, Goro ist es. Ja, okay. Nefi ist tot. Ich habe übrigens einen Trailer gekillt. Goro, bye. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das war ein Spaß für die ganze Familie. Renz lebt noch. Wer ist es denn jetzt? Ja, ich bin es auf jeden Fall. Das stand im Chat. Ja, das weiß ich. Und alle anderen auch noch. Alle anderen? Du bist der Einzige, der nicht Trailer ist. Perhaps du bist der Einzige für mich. Könnt' das wieder so machen, indem ich einfach gehe? Nehm' ich euch das einfach nicht gönne? Bist doch sonst auch immer so ein Gönner, oder? Ha, vergiss es, vergiss es, das gönne ich dir nicht. Oh Gott. Scheiße, ich lebe noch. Der holt ihn sich trotzdem. Den schnapp ich mir. Liegt am Namen. Ich war ja auf Botzer an. Deswegen, ja. Oh, noch einer auf die. Ich wollte auf Botzer, wollte ich die Brandgranate. Wieder mal Kumpen, hab ich schon angeschossen. Wieder Goro, wieder Botzer. Wie der Fisk in der Luft realisiert. Oh, das wird nix. Oh, das wird nix. Oh, das wird nix. Ah, deswegen hast du gefragt. Ja, klar. Weil Goro ja schon gedingt. Und zwar. Der Noob, ey. Wie Fisk unten aufgekommen ist. Direkt Plasma auf Goro, wenn ich's werd. Okay. Du bist doch krank hier, oder? Wenn Pulver fehlt. Okay, Botzer. Komm, 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 stell dich zu den Fässern. Ja. Oh. Ich dachte, siehste nicht. Wenn wir beide wären, was machen wir dann? Was machen wir dann? Goro! Goro ist es! Oh, Gott. Den Kollegen, ey. Was hätten wir gemacht, wenn so was hätten wir gemacht? Was willst du tun? Hallo? Was willst du tun? Lebt jetzt überhaupt noch mehr? Good Gaming ist ein Mikrofon. Ja, du lebt noch, Fisk lebt noch. Bifja lebt noch, Fisk lebt noch. Was hast du denn Go rumgebracht? Ne Diegel. Ge-Goro rumgebracht? Go rumgebracht. Go rumgebracht. Go rumgebracht. Und Fisk ist auch Trader. So bin ich denn Trader. Du hast das gesehen, du hast sie nicht abgeschossen. Ja, wo auf die in den Bar. Botsterschieds an der Bar. Das ist doch nicht Botsters. Bo. Bo. Wer schmeißt du mit der Pakette? ich habe ihn aber ich werde auch sterben muss der andere sein weil der hat für dingens hat nicht auf tau-tau geschossen er hat nicht auf tau-tau geschossen wir haben jetzt ins gesicht geschossen bitte aber da einer jemanden gemessert ich sterbe jetzt gleich weil ich bevor die aufnahmen losging viele leute getötet habe nils es ist tau-tau 85 prozent ok warte ja nicht auf dich geschossen hat sondern gezielt an dir vorbei auf mich hat keinen sinn gemacht er muss man auch eigentlich nur aber die runde war schon verloren wo grobe sie gerne aufwuchs ja die runde war schon verloren da war die runde ja weil du hundertmal traiter wurdest achtmal die tasse eingesackt hast du dann jedes mal die scheiße als grobe trader wurde war die runde gewonnen hey wer ist das gewesen der schwimmer hier ja du kannst einmal um die ganze map rennen und unten durch den zweiten raum nein nein oben ach da geht es jetzt rum ja an der kneipe war nämlich eigentlich schluss gewesen ja genau da geht es in ihr garten was denn da ist das er hat ein messer er hat ein messer gezogen er hat ein messer hat er nicht hat er hat er hat er hat er nicht er hat ein messer hat und die leiche ist weg er ist einmal um den ihr garten ist da gelaufen aha die moves hier muss er sein ja er muss hier drinnen sein wie geht er denn links auf unserer kasse haben wir haben wir spannend er kann am fade sterben Punkte hat er nicht naja alter wer eskaliert DALU DALU eskaliert eskaliert FK ALFK FK FK AIT KNOW IAAAAA MACHT NOCH EINER AIT NAZ DA ALU FUNK ZUM LACKEN MMM Ja manchmal lag der gerade MMM MMM BE Krabs ist unten. Jo, danke. Ich bin nicht da und da chillt immer irgendwo. Einsatzkommando. Und Achtung! Scheiße! Die Märtyrer! Wieso bleibt die Märtyrer in der Luft stehen? Wieso bleibt die Märtyrer da stehen? Ja, die fliegt immer über der Leiche. Deswegen kann man die eigentlich auch so gut erkennen. Aber so schön, dass Goro direkt mein Ziel war. Erstmal schnell das Messer geholt. Eine Sache, dass ich auf einmal aufgehört habe zu reden. Ja, es war... Als es hieß, Gramps hat ein Messer, habe ich mir auch schnell eins gekauft und dich abgestopft. Hat das keiner mitbekommen. Oh, das könnte interessant werden. Alter! Goro wollte mich... Es ist Goro! Es ist Goro! Aber das wurde nicht angezeigt, das ist das Problem. Da bleibt dann Tautau wirklich random auf seiner Liste. Oh Gott. Ist das ein Friendship? Wo? Goro hat Tautau gekillt! Goro sagt doch einfach Garton! Ich glaube, er ist der Traitor! Komm Tautau, dafür gehen wir... Wo ist Tautau? Wo kann ich nochmal rumgehen? Alles explodiert hier. Hinten da durch die Hecke. Hier, durch das... Ab durch die Hecke, Goro! Nimm Tautau auch mit! Ja, ja! Schnell hinten mal mit! Ey, warte! Jetzt können wir ihn abquallen! Nein! Cockblock! Mrs. Kun ran, lassen sie mich durch! Mrs. Kun ran! Warum töten wir ihn jetzt eigentlich? Tautau ist tot! Komm und töten ihn! Brandgranate! Es ist ne Brand geworfen! Oh ja und, wurde angekündigt! Nils haut wirklich! Geh rein! Hat er jetzt Tautau getötet? Er hat Tautau getötet! Aber ich hab das fast geworfen! Und ich hab's vielleicht angezündet! Ey, Goro wurde grad abgeknallt von Nils! Okay, Nils eskaliert! Oh Gott, ich sterbe! Rette mich, Schniffi! Kann der andere nur Pist sagen! Was mit Krabs? Er lebt auch noch und redet nicht! Krabs lebt auch noch, stimmt! Ich bin auch so enttäuscht! Wer ist da oben drin? Incy auf Nephi! Oh nein! Wir! Lauf! Lauf! Ich lauf! Das war echt ne Incy! Aber ich bin ja safe! Ich hab Nils getötet! Diese Stille! Dalo macht hier Schamannack! Oh! Der Detective ist explodiert! Dann ist es Krabs gewesen! Wieso? Der Schlawiner! Da muss er ne Trap gelegt haben! Das ist ein Trap! Das ist ein Trap! Oh Gott! Das ist wirklich Krabs! Er hat die Minen! Vorsicht! Wir müssen da rein loatsen! Das ist alles vermint Leute! Alles vermint! Das ganze noch nicht! Alles ist voll! Hier unten beim Twitterraum ist er! Da war ich noch nie! Ganz auf deinem sieht man ihn selten! Hallo! Ich weiß den Titel. Ich weiß noch nicht! Das ist doch scheiße! das war lecker wieso wachsen die scheiden nach wir neue scheiben reingedreht die bauen das Haus schnell Miene? Karglas Karglas repariert Karglas tauscht aus auch in Österreich Jep Heinz bist du ich wusste dass du da bist ich hab ja da wo du standst von da hab ich die Miene entschärfen wollen aber bin trotzdem noch gestorben da hast du drauf geschossen da wären noch ein paar gekommen der hat noch gesagt 3 Stück maximal ja aber die hat ja schon ein bisschen mehr gemacht ja schon jetzt illegal erstmal alle Scheiben kaputt haben mal gucken ob die ich hab mich bei Tautau entschuldigt ich hab mich bei Tautau entschuldigt vor allem wieso hast du das kaputt gemacht ja ich wollte es eigentlich schon vorher kaputt machen und dann hab ich es geworfen ja und du hast es geworfen und dann dachte ich nein Tautau rennt auch noch hier Ja, weil ich das andere jetzt zerschossen habe. Arme Tau Tau, ey. Das war nicht verdient. Tau, 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 Tau. Ich habe nur die Waffe weggenommen. Tau, 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 Tau. Töt ihn. Tau, 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 Tau. Tau, 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 Tau. Tau, Tau, Tau. Er blockt mich da. Und BUM! Im Wasser bleiben wir stinker. Ich hab noch nicht was. Hey, Kundran hat den Tret geschwommen. Von dem Fenster unten. Ich bin hier unten und der ist keiner. Ja, dann muss es Nephi sein. Es ist Dalu selbst. Okay. Ja, es ist Dalu. Er ist runtergesprungen ins Wasser. Das ist der andere. Nein, warum ist der andere? Die Leichtathleten hier. Das gibt Abzug in der Benode, meine Freunde. Was ist passiert? Ihr müsst auf mich schießen. Ey, ey, ey. Warte. Hallo, ich bin Traitor, Leute. Ihr müsst mich erschießen. Dankeschön. Komm dran, ey. Wieso sind hier alle tot? Scheuer, was ihr da gemacht habt, ey. Oh Mann. Ne, für's andere. Ach Mann. Ich hab das so gut vorgelegt. Das war so schön, ey. Kunter, das war das. Nein, Dalu hat auf dich geschossen. Alleine Dalu sagt auch noch, aber ihr müsst auf mich schießen. Alle schießen sich dagegen. Wer war eigentlich der Klippenspringer? Das war ich. Was hattest du vor? Abzug in der Benode. Wolltest du mich coupern oder war Fail einfach? Ich wollte hinter dir her und bin dann auf die Kante aufgekommen. Es war halt einfach ein Fail. Es war einfach ein Fail. War einfach ein Fail. Fail, Fail. Ein was? Dabbauam. Davatauüst. Scraps. 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 Ne, schmeiß ihr ne Brand rein, jetzt. Mhm, dann schmeiß ich ne Plasma raus. Wurde echte Brand geschmissen? Ja. Ne, die Brand habe ich nicht geschmissen. Doch, Goro! Warum... Die Brand schmeißt du jetzt, doch. Die Brand schmeißt du jetzt doch. Was? Ich hab das gesehen. Ich bin schon sehr verdächtig, bitte einfach. Nefies, heute war das. Boah, jetzt wird's hier noch mehr. Boah, wir haben noch Bram geschmissen. Schieß das Fass ab. Hey, Moment. Hey, warum wollen wir Fies töten? Nefies. Nefies. Ja, hab ich doch gesagt. Hat die Grabs eben auch schon gesagt. Ui. Oh. Oho. Oho. Oh Gott. Das war's ganz gut. Boah, ey. Hallo, ey. Lass mal was schon ziemlich krass ist. Alter. Gorobai. Ja. War Nefies jetzt ein Safe Call oder nicht Nils? Ne, Nils ist doch gar nicht Detektive, ey. Den Spaten kicken mal hier auf. Ja, mach auf, ey. Ich hab's auch nicht gesehen. Du hast keine Credits mehr, wolltest du sagen. Du hast nicht gesagt, du bist kein Trader. Du hast keine Credits mehr. Ich bin aber kein Trader. Das hast du gesagt. Nein, ich bin kein Trader. Keine Credits mehr. Ich bin kein Trader. Keine Credits mehr. Fisk hat ne AWP. Ich bin kein Trader. Ich hab ne AWP in der Hand, ja. Oh. Kundran. 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 Down. Botstar. Down. Botstar hat hier einen getötet. Der ist grad runtergefallen. Da, du, ich bin das nicht. Ne, oben war einer mit einer Saiyan Swiper. Ne, viel safe. Hopp, hopp. What's the radar? Woop, woop sagt da. Hup, woop, woop, woop. Hup, woop, woop. Hoppa und Gang Gun Style. Wup, hua. Hoppa und Traitor hat nen Style, ja. Hup, hopp, hopp. Oder da drin. Oder da drin. Hup, hopp. Niffy, Niffy, Niffy Ah Yeah Friendship Voll daneben Ach du gehst Nein Boah, jetzt gehst du wieder runter, Niffy, oder was? Ja Warum? Was steckst du, Hund? Oh Oh nein Oh Gott, meine Wunny ist leer Komm da runter, du Ich kooper dich Scheiße, Scheiße Scheiße, Shotgun war leer Bis zum nächsten Mal, Leute Lauf rein Tschüss Tschüss